Hallo! Drittmal gefilmt. So haben wir das Ding gebaut. Guckt euch das hier nochmal an. Groß wie eine Wüste. Oben von der Decke bis nach unten. Riesig wie das Weltall. Drei Minuten. Deswegen kann ich nur sagen, let's go ready and tumble. Größte Wüste der Welt. Adlerkopf. 800 Meter groß. Und es hat nur... Ich muss zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, dixzehn, siebenzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Meter. Ein neuer Weltrekord. Plus eins. 29 ist mehr. Und hier ist die heftigste Wüste der Welt. Viel Spaß beim Video angucken. Und tschüss.